Ei, 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 ei. Ähm, mach ich mir erst mal unten das Ding. Recreation. Blaues Licht kann ich keinen drin erstellen. So geht das auf. So geht das auf, so geht das auf. Ähm, der war zu früh platziert. Einmal raus, wieder rein, nochmal alles in vorn. Den brauche ich, dann darüber, den und doof. Na, oder doch nicht ganz so doof. Ach, die gehen gar nicht kaputt, so. Ich dachte, die gehen kaputt, wenn die sich gegenseitig... Ups. Mache ich halt so, auch kein Problem. Monogon Orbequiet. Du bist noch hier. Ich denke, es ist Antwort, was du willst. Was alle wollen, ist Antwort und ich habe nicht genug. Danke. Deinem Kopf. Ja, ich würde eigentlich gar nicht antworten, hätte ich doch die. Ich würde doch eigentlich nicht antworten. Sie hatte schon recht. was haben wir hier wieder für ein räumchen da oben ist eine kugel super was macht das unbekannt das macht das licht aus das macht eine lampe aus und das macht die letzte lampe aus ok den hätte ich eigentlich behalten müssen nein ups na komm du bleibst brav dastehen du da du da dann tja habe ich noch einen übrig könnte versuchen mich darauf anzustellen ich glaube das wird jetzt schon nicht mehr lösbar alle springen außer den den ich wollte super der muss auf jeden fall stehen bleiben so den kann ich dahin platzieren ob das jetzt wirklich intelligent war wage ich mal zu bezweifeln das ist der gleiche scheiß wie ich eben auch gemacht habe alle überleben außer das original den muss ich auf jeden fall auch den zuerst machen und den und die man direkt doppelt um hmm und ohne auch auch die warum macht denn alles mit da da komme ich nicht durch jetzt komme ich nicht mehr an den dran wer macht denn das wichtige ja noch mal ab du machst auch noch mal die biege das sind die zwei wichtigen ja das klappt alles nicht von hier aus kriege ich das ding aus dann kann da einer hin da einer dann der hier dann habe ich nur 9 gar nicht so schwer wenn man wirklich nachdenkt auf der anderen seite haben wir auch noch was und zwar da oben blau rot kiste ich hoffe der kann jetzt der macht hat sogar ferngesteuert was mache ich jetzt mit der kiste so 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 ich weiß nicht ob das eine gute idee ist hin da mad nein verdammt noch mal von wochen ja du schnappst die kiste schmeißt die marie runter was das jetzt sollte weiß ich auch noch nicht er ist die seite wechseln drauf schieben kommen noch ein stück zurück wieder so knapp und die nächste geht denn da unten noch ab ich probiere es einfach aus auch wenn ich drauf gehe ach jetzt komme ich im garten wieder raus der supi ok ist noch mal so schnell reise system oder ich weiß noch nicht wo ich immer rauskomme die hat nicht gewechselt was soll denn das bin ich noch auf dem richtigen weg jetzt muss ich wieder die transport strahlen benutzen ups ist die kopie einfach ohne mich abgezischt eingeholt das war der lange gang ach ja hier war das mini rätsel noch die ist wieder so schnell reise die zehn orbs habe ich ich kann auch schon hat der wächter ist geholt die quatscht auch irgendwie nur wirres zeug ich muss ja ok nicht gefährlich ok ruhig sein das sind jetzt die quartiere alle ich gucke da unten war nix mehr da ist noch eine orb was passiert wenn ich den da rein nix gutes da kann ich keine erstellen hm 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 dann mache ich das nochmal so und renn ganz schnell hier rüber achte also dann kann ich noch mal einen erstellen mit dem wollte ich mir die ich weiß nicht ob das jetzt die einfachste lösung war auf jeden fall hat es geklappt das ist die hauptsache ab nach oben das nächste quartier okay kapier ich noch nicht ganz ich muss wahrscheinlich gestern jetzt jetzt